Black Cat Dead Bait Puncher Der Dead Bait Puncher ist eine Montagehilfe zur Präparation unserer toten Köderfische. Der 40 cm lange Dead Bait Puncher besteht aus zwei Teilen. Wir haben ein Außenteil und ein Innenteil. Beides ist gefertigt aus Edelstahl und der Puncher hat einen robusten EVA-Griff. Das Außenteil hat eine abgeschrägte Spitze. Wir haben einen Innendurchmesser von 10 mm. Die Anwendung vom Puncher ist ganz easy. Zum einen braucht ihr das Hineinschieben des Innenteils, um das herausgelöste Fischfilet aus dem Außenteil hinaus zu drücken. Genauso funktioniert das, wenn ihr die Korksticks in den Fisch reinbringen möchtet. Die Korksticks kommen in das Außenteil. Ihr schiebt das Außenteil in den Fisch. Anschließend könnt ihr langsam mit dem Innenteil die Korksticks in den Fisch hineinschieben. Für weitere Informationen zum Produkt, zum Dead Bait Puncher, schaut gerne hier in der Videobeschreibung nach. Der Link ist wie immer unten drunter. Ansonsten viel Spaß mit dem Dead Bait Puncher, viel Erfolg beim Angeln mit Totem Köderfisch. Ich sage Tschau und bis bald, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ich sage Tschau und bis bald, 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 Vielen Dank.